Professor Amsel vom Gymnasium GDE, FGA und der jüngste heißt H Herr Thun und Frau Töchen und die sieben kleinen Söchen bringen uns lauter Glück, denn sie machen Musik Herr Stott im Familienkreis die beste Harmonie Sie sind uns ein Beweis dafür, zu streiten braucht man nie Herr Thun und Frau Töchen und die sieben kleinen Söchen schenken uns Melodie, die in alle Herzen zieht Herr Thun und Frau Töchen und die sieben kleinen Söchen und die sieben kleinen Söchen CDE, FGA und der jüngste heißt H Herr Thun und Frau Töchen und die sieben kleinen Söchen bringen uns lauter Glück, denn sie machen Musik Herr Stott im Familienkreis die beste Harmonie sie gibt uns den Beweis dafür, zu streiten braucht man nie Frau Thun und Herr Töchen und die sieben kleinen Söchen schenken uns Melodie, die in alle Herzen zieht Herr Stott im Familienkreis der WIEDGE Herr Stott im Familienkreis Herr Stott im Familienkreis